Hey Leute, was geht? Und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren The Saturn Crew Talk mit der lebenden Legende. Wie geht's dir? Wie geht's sehr gut und wie geht's dir? Auch gut. Wie waren die letzten Messetage? Sehr, sehr, ich würde sagen voll und erfolgreich. Es hat sich auf jeden Fall gelohnt hier zu sein, wir haben interessante Gespräche geführt, wir haben verkauft, natürlich unsere Marke repräsentiert und ich hab dich gesehen. Das ist auch schön, oder? Leider deswegen hat sich schon gelohnt. Oh, seht ihr wie süß der kleine Einfach ist? Ne, aber wir wollten mal so einen kleinen Talk mit dir machen. Gerne. Z-Performance logischerweise ist deine Felgenmarke und ich würde dich gerne mal fragen, wie kamst du eigentlich auf die Idee, überhaupt sowas zu starten? Wie man am Stand schon gesehen hat, ich habe ganz groß hingeschrieben, If something that you want doesn't exist, create it. Das heißt, für mich war damals, wo ich halt Felgen gesucht habe, ich bin ja im Prinzip mein eigener Kunde und darum ist das zustande gekommen, hat es das, was ich wollte, nicht gegeben und ich habe gesagt, okay, entweder du kaufst etwas, was dir nicht gefällt oder du arbeitest so lang, bis du irgendwie deine eigenen Designs auf den Markt bringst. Ja. Gesagt, getan, das ist halt eine ganz kurze Geschichte, hat viele Jahre gedauert, auf diese Qualität zu kommen und im Prinzip ist es das gewesen. Ich wollte etwas haben, was es nicht gegeben hat. Krass. Und dann kommt man einfach auf die Idee, eine Felge zu machen. Ich bin halt ein Macher. Ich bin ein Typ, der macht und tut nicht herum weinen, wenn es etwas nicht gibt, sondern ich suche nach Lösungen und die Lösung war einfach, etwas Eigenes zu machen. Ich habe vorher schon zwei Geschäfte gemacht mit diversen Tuning-Teilen, mit Carbon-Teilen, mit Multimedia-Systemen. Aber das Problem war damals immer, dass man die Sachen gekauft hat und eine gewisse Qualität bekommen hat, die mich persönlich zumindest nicht mir genügt hat und ich wollte einfach von Anfang an der Nahrungskette auf die Qualität eingreifen können und darum wollte ich Hersteller sein. Ich habe quasi meine eigene Felgenmarke gegründet und das war der Anfang. Krass. Wann war das genau? Das war vor 13 Jahren. Krass. Das war wahrscheinlich eine der besten Entscheidungen, die du je getroffen hast. Ich würde sagen, ja. Ich hätte selber nicht gedacht, dass es so weit kommt. Ich kann mich erinnern, am Anfang war mein Traum eines meiner Designs auf ein M-Fahrzeug zu montieren. Dass ein Kunde kommt mit einem E46 oder E92 M3 und sagt, ich will deine Räder haben. Damals habe ich nicht einmal Fitments für diese Autos angeboten, aber ich habe davon geträumt. Dann habe ich Fitments für diese Fahrzeuge angeboten und im Endeffekt habe ich dann die ganze Industrie gestückt. Das ist unfassbar, wenn man darüber nachdenkt. Und eigentlich 13 Jahre ist ja eigentlich wirklich nicht lang, weil man überlegt, wie lange jetzt BBS und so am Markt sind. Ja. Man merkt, wir sind noch auf einer Messe. Man hört das leicht. Man hört das und das ist auch okay. Ich hoffe, für euch ist das okay, weil man kann hier gewisse Dinge nicht beeinflussen. Und das sind halt Leute, die ihre Autos starten und so weiter. Ein bisschen Sound machen. Aber das gehört ja auch dazu. Das ist ja auch geil. Es ist halt Messe-Feeling. Richtig. Und man muss ja auch sagen, in den 13 Jahren hast du schon so eine Art Persona aufgebaut. Setzli immer alles schwarz, böse, aggressiv. So wie es dir gefällt. Richtig. Genau so wie ich es mag. Und hast du damit jetzt auch auf Instagram eine Million, knapp eine Million? Fast. Es dauert nicht mehr lange, aber ich denke mir bald eine Million. Krass. Das heißt, Felgenfirma aufgebaut. Natürlich Social Media wahrscheinlich auch genutzt für die Verkäufe. Das war eigentlich die Idee dahinter. Warum ich das gemacht habe? Nicht, weil ich unbedingt famegeil war und ich unbedingt eine Person sein wollte, die in der Öffentlichkeit steht. Aber ich habe mir gedacht, wie kannst du jemandem etwas verkaufen, indem du ihm gar nichts verkaufst, indem du ihm einfach nur vorlebst, was man halt machen kann, was man schaffen kann im Leben, was man erschaffen kann und wie weit man halt kommen kann, wenn man hart genug dafür arbeitet und genug an sich selbst glaubt und nicht nur an sich selbst glaubt, sondern an sich arbeitet. Du musst ja als Person immer schauen, dass du, wenn du vorankommen möchtest, dich weiterbildest. Und ich spreche jetzt nicht von Schule, sondern ich spreche einfach von der Persönlichkeitsentwicklung, von der Entwicklung selbst und immer positiv bleiben, selbst wenn es einem nicht gut geht, in den schlechten Zeiten genauso positiv bleiben und auf bessere Zeiten hoffen. Und ich denke mir, das hat viel dazu beigetragen. Ich würde mal sagen, das sind ein paar schöne Worte. Auf jeden Fall sehr motivierend, muss man sagen. Ich meine, jeder kann es am Ende schaffen, ne? Ich bin der Meinung, dass es jeder schaffen kann, wenn er nur hart genug an sich selbst glaubt und was dafür tut. Weil es sind viele Leute, die träumen, die möchten, aber es scheitert am Tun. Hunger musst du haben, du musst arbeiten, du musst was tun. Und da geht es eben nicht nur um eine Woche, zwei Wochen, weil viele arbeiten halt, aber halt nicht lang genug. Die geben auf und du kennst wahrscheinlich diese Memes, wo einer gräbt und dann gibt er auf, kurz bevor er diese Diamanten findet. Ja, ja, genau. Und um das geht es. Du musst so hartnäckig bleiben, bis du es schaffst. Ja. Und solltest du es nicht schaffen, dann geht es darum, dass du wieder aufstehst und nochmal was anderes von vorne beginnst und einfach nicht liegen bleibst. Ja. Und das ist halt der Weg zum Erfolg. Und bei mir hat es halt fünf Jahre gedauert, bis ich endlich mal aus meiner Firma Geld rausholen konnte. Was ich getan habe, ist immer reinvestiert. Das heißt, alle Erträge, die ich aus meiner Firma gewonnen habe, habe ich wieder in Marketing gesteckt oder in der Entwicklung neuer Fitments oder neuer Designs. Ja. Und nicht einfach rausgegeben, weil sehr viele haben Erfolg, kommen zu bisschen Geld und hauen das raus. Und dann war es das auch wieder ganz schnell. Es gibt ein gutes Beispiel in Amerika, ADV-1, vielleicht sagt dir das was, die Firma. Noch nicht gehört rein. Es ist eine der geilsten Geschichten, die ich jemals gehört habe. Ich habe die Geschichte schon vorher gehört und man hat es mir jetzt bestätigt. Ich habe nämlich jemanden aus Amerika kennengelernt und ihn gefragt, weil er kennt sich in der Branche sehr gut aus, was es mit dieser Geschichte auf sich hat. Und er hat mir bestätigt, er hat mir die Geschichte genauso erzählt, wie ich sie kannte. Kurz ging es darum, dass ein Designer, im Prinzip genau dasselbe wie ich, nur ein anderer Name in Amerika, ADV-1, ADV-1, vielleicht kennt jemand die Felgenmarke, hat einfach so viel Erfolg gehabt mit seinen Designs, dass er diesen Erfolg einfach nicht, er hat es nicht gepackt. Ja. Und zwar hat er sehr viele Aufträge entgegengenommen vom Kunden, er hat quasi immer 50% Anzahlung genommen und er hätte immer 50% an die produzierende Fabrik weitergeben müssen, um diesen Satz Felgen, den der Kunde bestellt hat, zu produzieren. Was er gemacht hat, er hat so eine gute Beziehung zu dieser Firma gehabt, weil er hat ja schon einige Jahre Erfahrung gehabt, dass die gemeint haben, ja okay, zahlst du später, ist kein Problem. Die haben ihm halt quasi das Geld nicht angenommen, sondern ihn einfach später bezahlen lassen. Ja, das zu tun, okay. Und er hat dann gesagt, okay, ist kein Problem, hat aber weitere Aufträge entgegengenommen, aber nie weitergegeben an die Fabrik und niemals produziert. Aber diese Leute wollten ihre Felgen, die haben natürlich bei einem 15.000 Dollar Satz Felgen auf ihre Felgen bestanden. Er hat das ganze Geld ausgegeben, er hat sich McLaren gekauft, er hat sich Aventador gekauft, er hat sich einen Menschen in Miami gekauft. Und irgendwann einmal hat er dann das Problem gehabt, dass es waren 2-3 Millionen Dollar, die sich gesammelt haben. Er hat so viel Erfolg gehabt mit dieser Felgenmarke, weil es einfach so revolutionär war, das war der absolut neue Standard in der Industrie. Und er hat im Endeffekt diese Pleite gegangen, er hat alles verloren, die Banken haben ihn alles weggenommen, die Anwälte der Kunden haben alles weggenommen, er ist im Prinzip jetzt komplett Pleite. Und das ist eine quasi Erfolgsgeschichte, die in die Hosen gegangen ist und die zeigt, dass man alles verlieren kann, wenn man nicht gut genug auf seine Marke, auf sich und auf den Erfolg aufpasst oder damit nicht umgehen kann. Das ist ein sehr, sehr gutes Beispiel auf jeden Fall. Aber für viele Zuschauer, manche fragen sich wahrscheinlich, warum sollte ich denn jetzt Z-Performance kaufen? Warum sollte ich nicht BBS oder irgendwas anderes kaufen? Was wäre deine Begründung? Warum Z-Performance? Im Prinzip ist es ganz einfach. Wir haben sehr schöne Designs, die teilweise keiner anbietet, die eine sehr hohe Qualität haben. Gleichzeitig haben sie TÜV, also Teilegutachten, du kannst sie eintragen und wir reden hier auch von den Mehrteilern, die teilweise fast niemand hier mit TÜV anbietet. Wir haben für im Prinzip fast alle Fahrzeuge jetzt nicht zum Beispiel Minus-ETs mit Breitbau und so, das sind Sonderfälle, aber im Prinzip für jedes normale Supercar, wie auch hier hinten. Wir haben einen RS6, einen RSQ8, mehrteilige Schmiederäder, teilweise zum günstigeren Preis wie mancher Anbieter. Ich sage jetzt keine Namen, aber mit TÜV, die man ganz legal in Deutschland fahren kann und natürlich bieten wir jetzt seit neuestem die Möglichkeit, gewisse Custom Finishes zu bestellen, die wir in-house, also hier in Europa fertigen. Bei uns im Z-Performance-Hauptquartier und das ist halt eine Kampfansage und ein Verkaufsargument, den manch anderer nicht hat. Ja, da hast du recht. Das ist krass. Okay, cool. Wo verkauft ihr denn überall? Europaweit? Im Prinzip weltweit. Nein, weltweit. Wir haben einen sehr, sehr starken Händler, der schon 80 Jahre alt ist. Der macht das mit Reifen und also Reifen-Großhandel in Japan, in Kyoto, in Amerika teilweise nicht so viel. Es könnte viel mehr sein, aber hauptsächlich Europa, Westeuropa, Deutschland, Österreich, Schweiz, Benelux und auch Polen, aber im Prinzip ist der Hauptmarkt Deutschland. Okay, okay, sehr, sehr cool. Darum auch TÜV. Es ergibt Sinn und in Deutschland braucht man wirklich TÜV, das weiß jeder, sonst zwei Minuten später Autostelle gelegt. Richtig und das ist halt unser Vorteil im Vergleich zum Beispiel mit anderen Felgenherstellern aus Amerika, die versuchen krampfhaft nach Europa ihren Markt auszuweiten, aber es funktioniert sehr schwer wegen den Teilegutachten. Also TÜV ist ein großes Thema und schwierig für einen Amerikaner. Das ist recht. Aber ich glaube zum Abschluss gibt es noch ein Thema, was du ganz kurz ansprechen könntest. Die Kampagne, oder? Die Kampagne, dein Lamborghini, der legendäre Lambo. Ja, ich habe mich halt entschieden, nachdem mein Vater einen Schlaganfall hatte, habe ich mich entschieden, etwas dagegen zu tun, gegen die Umstände in Rumänien und den Spitälern, die einfach Katastrophe sind. Mein Vater hatte, wie gesagt, einen Schlaganfall, kam ins Spital und wurde mit der Ambulanz ins Spital gebracht und die leitende Ärztin der neurologischen Abteilung hat quasi ihn gesehen. Und er war bei Bewusstsein, er ist halt nicht gestorben, er war bei Bewusstsein, ihm ging es gut, er hatte halt nur einen Schlaganfall, er ist halbseitig rechts gelähmt und sie nahmen seinen Fuß, hebt ihn hoch, ließ ihn fallen und hat gesagt, ja, der ist schon tot, was sollen wir mit ihm noch machen? Mein Vater geht es mittlerweile gut, er hat sich zu 90 Prozent erholt, seine Hand kann er zwar nicht bewegen, aber er ist nicht tot. Und die Zustände, die in diesen Spitälern unten herrschen, sind einfach Katastrophe und der Staat tut nichts, es tut auch kein anderer was und ich habe halt gesagt, was machst du mit deiner Macht? Du hast eine gewisse Macht, du hast eine gewisse Reichweite und einen gewissen Einfluss. Und ich habe gesagt, wenn ich es schon so weit gebracht habe, wenn ich durch meine Arbeit schon diesen Status erreicht habe, wie kann ich diesem Fahrzeug nochmal einen Nutzen verleihen, wie kann ich ihn nochmal ein allerletztes Mal, bevor ich ihn zum Beispiel einfach nur verkaufe und das Geld spende, nochmal einen Wert verleihen, indem ich quasi Leute motiviere, die sonst nicht spenden würden, zu spenden und ihnen halt quasi einen so großen Preis anbietet, dass sie, ich gebe halt quasi mein Auto her, welches 200.000 Euro wert ist. Von euch will ich einfach nur 24 Euro und dabei will ich nicht einmal, dass ihr spendet, sondern ich verkaufe ein T-Shirt, welches 24 Euro wert ist und wird quasi diese gesamten Einnahmen minus T-Shirt und bringt und es gibt halt Kosten. Es sind Kosten damit verbunden. Wir werden das Fahrzeug auch in Einkaufszentren in Rumänien ausstellen und die verlangen natürlich Geld. Nachdem wir diese Kosten dann abgedeckt haben, möchte ich die gesamte Summe an Spitäler in Rumänien spenden und an Tiere. Also es gibt auch ein Tierspital, welches Tiere von der Straße kostenlos behandelt oder halt wenn jemand ein Tier hat oder ein Tier findet, welches verletzt ist oder eine medizinische Hilfe braucht, kann man das in dieses Spital bringen und die behandeln ihn kostenlos. Ich bin halt ein sehr großer Tierliebhaber. Ich habe zwei Katzen und darum liegt mir das sehr am Herzen. Ich kann Tiere nicht leiden sehen. Und für mich ist es ganz schlimm. Und ich habe gedacht, irgendwie kann ich nochmal diesen Lambo dazu nutzen, was Gutes zu tun. Definitiv auch eine sehr gute Message, eine positive Message. Das heißt, wenn ihr darauf Lust habt, wir packen das mal unten in die Beschreibung. Könnt ihr gerne auf den Link. Klicken, euch alles einmal anschauen. Es ist kein Scam, müssen wir auch nochmal sagen, weil viele Leute haben halt die Einstellung bei sowas. Der gibt auch keinen Lambo weg, das macht der eh nicht. Aber es ist diesmal wirklich so. Und jetzt habt ihr die ganze Story. Und wenn ihr es unterstützen wollt, feel free, würde ich mal sagen. Ich glaube, von uns kommt in der Zukunft noch ordentlich was. Auf jeden Fall. Also wir werden ein paar schöne Sachen miteinander machen. Sowas von, ja. Und ich freue mich jetzt schon auf 2023. Das wird sicher ein schönes Jahr. Das wird lustig, ja. Also vielen, vielen Dank für deine Zeit, mein Lieber. Pass auf dich auf. Pass auf dich auf. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Also, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Schaut bei Setsli, bei Instagram, YouTube, TikTok. Eigentlich gefühlt überall vorbei. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao. Ja, genau. Ich bin auch bei Tinder. Perfekt.